So, dann gucken wir, was wir noch machen können. Sollte es eigentlich ein bisschen stabil sein, ne? Hm. 30 Sekunden. Oh, Energie, da brauchen wir, da müssen wir wieder was machen. Titan haben wir bloß einmal, oh. 40 Minuten, dann kommt die an. Oh, ja. Okay, wir brauchen auf alle Fälle noch mal Energie, hier ist cool, oder? Cool, die macht nur so einen Doppelgang. So, da hinten haben wir unseren Scannerraum. Hat er eigentlich Blei gefunden noch wieder? Da ist eine Höhle, ne? Höhlen-System ist hier. Da sind zwei Höhlen. Das ist natürlich die Frage, das ist nämlich in die Richtung. Da lang. Sprich, da lang. Da hinten irgendwo ist. Teil. So, wir verlieren aber andauernd Energie. Das heißt, wir müssen uns noch ein Energieteil bauen. Okay, wir haben jetzt natürlich weniger Licht, ist ja klar. So, okay, da brauchen wir noch Quarz einmal. Verkaufsautomat. Da brauchen wir noch einmal Quarz. Unten müsste eigentlich Quarz sein. Also Quarz ist richtig oft hier. So ein Kerl. So ein Kerl. So ein so dann haben wir noch mal energie so und da hinten müsste müsste dingser blei ah das war nur kupfer gold jetzt haben wir natürlich meine lampe nicht mehr ach die luft leute die luft das hier alles voller blei auf alle fälle gesagt hier oben was ist das hier ist ein salz lager wir haben zu wenig luft geholt da ist ein ganze zeit das lager da unten ach man und wir haben keine bohe wir können uns nicht mal ein signal hier setzen wir können uns nicht mal ein signal setzen aber wir gucken jetzt erstmal nochmal in die höhle ja ich weiß dies alle müssen wir uns aus dem boot schnell was holen was ist das können wir wieder scannen ach du scheiße was ist das denn augen ecke ok aber auf alle fälle hat uns auch irgendwas angegriffen wollte eigentlich bloß nach blei suchen ok kann kein blei finden lande platz da ist ja der lande platz und hier soll blei sein ich kann nichts sehen da hinten ist was silber vielleicht sind wir auch falsch kann ja auch sein ne hier hier ist ein blei ah ne das ist ein latium wir brauchen unbedingt den laser wir brauchen unbedingt den laser so waren der lande platz immer da hinten ok blei habe ich jetzt nicht gefunden hier also auf der stelle nicht da hängt ein felsen mitten also da auf der anderen seite mehr ne aber wir haben andere lager von nämlich so ein lithium lager wir haben aber alle falle so eine andere klage von aber da hinten war kein blei also entweder die kamera sind gucken irgendwie eine falsche richtung oder ich weiß auch nicht ach so können wir erstmal hier wieder reinpacken das ist auch schon alles voll ok wir brauchen brauchen noch einen spinnt wir brauchen noch einen spinnt 150 energie aber noch eine andere energieversorgung das ist die luftpumpe die luftpumpe das ist die luftpumpe das ist die luftpumpe ja den hätte man noch einen reaktor Ich glaube nur leere Batterien am Start Na was können wir denn Aber da hinten scheint er zu sein Oh hier guck mal wie tief da drunter geht Da unten ist eine richtige Höhle Wenn man genau wüsste wo man gerade ist Ich bin ja guck mal wenn die Kameras so sind Wenn das die Kameras sein sollen Dann bin ich nämlich da lang geschwommen Ne ich bin doch Na ich bin genau in eine andere Richtung geschwommen Bin nämlich da lang Hier war nämlich die Höhle genau Hier war die Höhle Ah dann ist es nämlich auf der Seite Was ist das? Ach da ist das Blei Da ist die andere Kamera Neun Meter Entfernung Neun Meter Entfernung Also da hinten Das ist doch schon die richtige Seite Ach hier ist die Kamera Da außen sind die Kameras Okay dann ist es genau da Da habe ich doch geguckt Komisch Da habe ich doch genau geguckt Ach ist weg hier Da habe ich doch genau geguckt Aber da war nichts Da war überhaupt nichts Aber wir können ja nochmal gucken So okay Hier waren die Kameras Hier sind die Kameras Ne? Das Auge hat hier hingeguckt Genau Und das Auge hat da hingeguckt Und da sollte Und hier sollte es sein Warte wir brauchen jetzt den Apparat Oh da bin ich gespannt Ich bin hier hin Und hier soll irgendwo Blei sein Da bin ich gerne mal gespannt Ach wie ja Flüssigkeitaufnahme Wir haben ja kein Wasser bei Ne? Ne Okay dann müssen wir demnächst auch mal Wasser Hier muss es sein Hier muss irgendwo Blei sein Überall Jedenfalls hat das mir angezeigt Hm Mal gucken Wir können ja auch nicht so tief rinnen Der ist zu tief Mist Der ist zu tief Hm Das ist zu tief Da war ja die andere Stelle viel besser Da soll der Landeplatz sein Okay da drinnen soll Blei sein Aber Da können wir nicht hin Da können wir nicht hin Weil Es einfach zu tief ist Das ist einfach zu tief Was ist das? Quarz Quarz vorkommen Bringt uns ja nichts Wir brauchen kein Quarz Wir brauchen Blei Schade Da war bei der anderen Sache mehr Ne Geil wäre ja gewesen Wenn es denn eine schöne Höhle wäre Passwort Aber Ist ja nur Kupfer Salz Achso Salz Wir können ja dann Wasser damit bauen Ja ja Bin ja gleich da Lass ja da kein Kimblei sein Jedenfalls ist es zu tief Da müssen wir uns was anderes überlegen Wir brauchen Salz Salz und die kleinen Dinger hier Mehr habe ich nicht Was ist denn das? Ist das Silber? Haben wir so viel Silber und Gold gesammelt? Ja Krass Ach Korallen Dings Bogenbräuk Ach Mist Okay meine lieben Freunde Das machen wir aber in der nächsten Folge Dann müssen wir schnell da hinten nochmal hin Wasser holen Und ja Dann müssen wir weiter gucken mit Blei Da ist irgendwas Da war eben ein Fisch Krass eben ein Fisch gewesen Also da hinten ist kein Blei Ich habe alles nachgeguckt Keine Ahnung wo der da Blei gesehen hat Da hier Hier war was Das weiß ich Ja Das war es aber erstmal Wir speichern jetzt Wir haben schon eine Basis gebaut Alles Also es geht jetzt Peu a peu weiter Wir müssen uns jetzt erstmal um Wasser kümmern Das ist glaube ich Priorität Nummer 1 erstmal Fragmente können wir ja auch mal scannen Wer findet der Oh Gleich hier unten Ist natürlich gut So Kalkstein Das müsste er eigentlich da hinten finden Genau Achso das war hier Hier war das Blei Okay vielleicht hat er doch recht Ja vielleicht ist da hinten doch Blei Müssen wir echt gucken Riff drücken Okay Silber und so Also man kann ein bisschen was filtern So meine Lieben Freunde Das war es aber erstmal Ich sage dann Wenn euch die Folgen gefallen Dann hinterlassen Like Abo 3D Und schreibt mir in den Kommentaren Würde mich sehr freuen Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Ich bin erstmal raus Und ciao Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Bis zum 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 nächsten Mal